Er hält seine Opfer im Dunkeln fest und lässt sie nicht frei. Der Teufel ist klug und versteht sein Geschäft und er versucht's immer neu. So sagt auch den Menschen, die in der Nacht der Sünde gefangen, dass Jesus Christus euch frei gemacht zum Neuanfangen. Es ist frei umsonst das große Geschenk von ihm. Ewiges Leben mit Jesus ergab sich selbst dafür hin. Es ist frei umsonst das große Geschenk der Zahn. Ewiges Leben mit Jesus erschenkt es jedermann gern. So sagt auch den Menschen, die in der Nacht der Sünde gefangen, dass Jesus Christus euch frei gemacht zum Neuanfangen. Es ist frei umsonst das große Geschenk der Zahn. Ewiges Leben mit Jesus ergab sich selbst dafür hin. Es ist frei umsonst das große Geschenk der Zahn. Ewiges Leben mit Jesus erschenkt es jedermann gern. Erzähl 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 Vielen Dank.